Hitler und die Deutschen. Unter diesem Titel erkundet das Deutsche Historische Museum in Berlin Neuland. Erstmals geht es in einer Ausstellung um das Wechselverhältnis zwischen dem Diktator Adolf Hitler und der Bevölkerung, nicht nur um Hitler selbst. Wir zeigen nicht die Person, nicht das relativ harmlose, unbedeutende Leben dieses Menschen, dieses Anstreichers aus Wien, sondern wir zeigen, wie es passieren kann, dass dieser Mensch mit dem deutschen Volk in ein symbiotisches, eigenwilliges Verhältnis kommt und wie er zur Reflexionsfläche für die Vorstellungen dieses Landes und dieser Bevölkerung wird. Die Ausstellungsmacher zeigen keine persönlichen Gegenstände Hitlers. Rund 600 Exponate sollen belegen, wie der Gewaltherrscher es schaffte, als vermeintlicher Retter Deutschlands aufzutreten und im Alltagsleben einen Führermythos aufzubauen, bis zum Untergang seines sogenannten Dritten Reichs. Bereits am Eröffnungstag zieht die Schau zahlreiche Besucher an und weckt gemischte Gefühle. Ein bisschen beklemmend, die ganze Stimmung hier, auch ein bisschen düster, aber sehr interessant. Die ganzen Dokumente, das sieht man sonst ja nicht. Die ganzen Plakate, die Uniform von früher, das ist sehr faszinierend. Ja, man spürt ein wenig die Angst mit, die da herrscht, von den Leuten. Das große Besucherinteresse zeigt aus Sicht des Museums, wie sehr Hitler und die Schrecken des Nationalsozialismus das Leben in Deutschland bis heute prägen. Wir leben alle ungebrochen in dem, was dieser Mann mit dem deutschen Volk hinterlassen hat. Unsere Städte sind kaputt, unsere Umwelt ist verändert, unser Leben von vielen ist zum Teil dramatisch verändert worden. in der Generation der Eltern, der Großeltern. Also Hitler ohne Ende. Die Ausstellung Hitler und die Deutschen läuft noch bis zum 6. Februar 2011.